Ahoi Leute und willkommen zurück zum nächsten Part von Assassin, nicht von Assassin's Creed, von Grimdor natürlich. Ähm, wir sind gerade in Devil's Crossing mit dem Fisch und wollten jetzt die Quests noch abgeben, die wir haben und noch die übliche Händlerscheiße und den Dreck. Ja. Ahoi, ich bin auch dabei, wie immer. Ähm, ich kann auf diesem Handy gar keine Stoppuhr einstellen. Ich hab meinen Ahl. Oh, ist das ranzig, Alter. Ich nehm's übrigens mal mit Shadowplay auf von Nvidia und guck mal, wie das hier so aussieht. Wenn's nicht gut ist, dann ist der Fisch schuld. Immer der Fisch. Ja, ich bin sowieso schuld. Ja, immer. Also falls ihr den Schuldigen sucht, ne? Das war immer der Gärtner. Wenn ihr in der Arbeit richtig hart verkackt habt, dann sagt er einfach, das war der Fisch. Okay? Gut. So, ähm. Danke. Ich bin in der Aufnahme, hör auf mich zu schreiben. Ich weiß übrigens nicht, wie man bei diesem Handy, äh, den Ton ausstellt. Warte doch, weiß ich. Ja, ich hab ja nicht mehr meins. Hast du das von der Freundin geklaut, oder was? Ja, das alte. Achso, das alte. Ich dachte, du hast es neu geklaut. Ja, das hätt ich gerne. So, dann verkauf mir den ganzen Scheiß noch. Ich hab nur ne andere Hose angezogen. Und, ähm, ich hab jetzt mehr FPS laut dem Dings. Also, ich kann auf jeden Fall mit 60 FPS spielen. Das ist gut. Es ist auch flüssiger auf jeden Fall. Das ist gut. Der Sound hat sich ein bisschen komisch angehört, da muss ich nochmal gucken. Also, es geht. So, man kann damit leben. So, dann rede ich mal mit dem Koch hier oben. Mach das mal. Ich geh mal zum anderen Händler und guck, was der andere so ein Waffen hat. Well, das ist nicht mein Safer. Ich kann euch nicht genug bedanken. Ich hab endlich geklaut, für andere Leute wieder. Hier, hab ich ein bisschen von meinem Soep. Ich könnte ein bisschen Sorte benutzen, aber ich habe den Whisky oben da oben, und die Schwestern, für kaum viel Use nur. Unser Sorte. Komm zurück, irgendwann. Ich hab ein paar alte Storien, die dir erzählen. Naaah. Äh, wo würdest du diesen Mann finden? Ja, er würde Suppe aus Stone machen, wenn du ihn gefragt hast. Und ich denke, er würde es noch gut schmecken. Nogst Suppe, eh? Es wäre besser als das, was du beenden hast. Haha, wir haben den Joker und den Meternal. Okay. Der neue Koch ist wohl gern gesehen hier. Oder der andere nicht. Achso, da oben können wir die Quests abgeben, aber wir haben noch gar nicht... Drei Fabrik. Und dann... Oder Fabrik. Und dann drehen wir es nochmal mit dem Chef hier. Und was wolltest du sagen? Äh, mach du mal. Äh, ich les mir grad Waffen durch. Ich bin abgelenkt, sorry. Ich hab ein Rift-Gate in Burbridge. Äh, was ist die Situation? Was ist die Schwarmung? Blablabla... Äh, falls ihr lesen wollt. Ich hab keinen Bock, ich hab das alles gemerkt. Hast du eine Ahnung, was Chaos-Damage ist? Ja, ein extra Schaden. Mach dir gut Schaden. We need to find this, man. Keine Ahnung. Ist halt irgendein... Ist halt so wie Feierschaden, Eisschaden oder so, was ein extra Schadensart. Okay. Warden Creek... Oh, Warden... Warden Creek ist extrem beschissen übrigens. Äh, I will end the world's life. Wir müssen ihn umbringen. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, ey. Best überfallen wir da. Äh, Accept. Was auch immer. Okay, jetzt haben wir die first abge... Ich verliere, sagt, wird das schon okay sein. Und jetzt müssen wir nach Burbridge Village. Bin ich grad hin? Ich auch. Ähm, ich hab übrigens außerhalb der Städte mehr FPS. Wenn das Portal nicht in der Nähe ist. Also ich hab viel FPS. Äh, 20. Du glaubst gar nicht, wie geil das ist. Also du sollst auch unbedingt mal, äh, zumindest mal ausprobieren, wie das ist. Wir erkennen, wie das funktioniert. Das ist leichter als Fraps. Wow. Okay. Oh mein Gott. 20 FPS, 13, 14, wow. 40. Also, die FPS sinken hier, das stört doch. Aber ich hatte auch schon... Also ich hatte auch, dass meine FPS ohne Aufnahme gesunken sind in manchen Situationen. Aber es läuft... schon... in manchen Situationen flüssiger. Also hier fällt es jetzt nicht so krass auf, aber... Vor allen Dingen jetzt so, wo du da noch deine Horde bekämpfst. Ich meine... Oh mein Gott, Alter. Ich sterbe gerade. Ich auch so gut wie... Ich hab grad kurz set up on hit. Machst du ein Portal? Das andere Portal ist nur zwei Meter weg, aber okay. Hab ich gemacht. Hallo. Ich möchte hier vorbei. Perfekter Scheiße. Ich hab gar keine Ahnung mehr mit den Tasten dran. Äh... Wir nehmen übrigens... Montag auf. Das heißt, diese Folge kommt Donnerstag. Donnerstag? Können wir mal auf den Plan angucken. Donnerstag? Ich hab einen Laserspiel voll zu FPS. Aber dass du mehr FPS hast, liegt wahrscheinlich auch daran, dass du eine bessere Kraft... vor euch muss. Ach nein. Die können es dann? Ja, also das kann schon daran liegen, aber so schlecht sein jetzt auch nicht. Und... Man, das wird nicht nur daran liegen, das wird mit daran liegen. Gott, Alter. Ich muss... Ich musste hier grad Heiltränke nehmen. Hier ist die Tür in den Keller. Da können wir später reingucken. Das war grad vielleicht noch... Ich glaub ich noch mal. Wann hinterher? Ich hab übrigens nur zwei Heiltränke. Ich hab auch nur noch 17. Ich hab schon jetzt was Scrap für dich. Oh, ich bin gelevelt, merk ich grade. Ich bin grad fast gestorben. Ich bin bei Helps vom Level. Äh... Physik-Skilln, wie immer. Den Mutantenarm hab ich mal behalten, weil ich den cool fand. Und äh... Hier... Was ist denn das? Requires a Shield. Oh, ich hab keine Ahnung. Also hier fangen wir hier einen rein. Wenn Arken ist, können wir noch hier einen reinpacken. Und... Machen wir das auch noch an. Was auch immer das ist. 20 FPS. Boah, ist das ekelhaft. Ich sollte wirklich mal mit Shadow Player aufnehmen. Du erklärst mir einfach gleich kurz hier, das geht. Dann mach ich das. Achso, das ist einfach nur eine Shield to Rage für kurze Zeit. Das geht ja. Ähm... Wo bist du denn? Bin nach unten gelaufen. Okay, warst du in dem Haustür schon drin? Ja. Okay... Oh, hier ist eine Hintertür noch, die du nicht aufgemacht hast. dann treffen wir uns hier gibts hier schon fabric oder gab es was erst später ich weiß nicht keine ahnung ich brauche übrigens heiltränke kauft ihr welche ja ich muss gleich in die stadt selbst ohne monster habe ich 120 appels ich hab halt gerade 60 ok ich brauche kein string chatter play du hast das schon ist das dieses programm das auch automatisch aufnimmt ja aber das hast du ja nicht an also das musst du erst anschalten das automatisch aufnimmt ist das cool ja ist voll geil also ich speichere immer die letzten 5 minuten und wenn du also halt dauerhaft und wenn du die 5 minuten behalten wird musst du einfach nur eine taste drücken das ist ein kleines versteck noch und wo er erst hier lang gehen vielleicht nur das teil hier öffnen und jetzt ist grün rausgefallen er kriegt natürlich wieder super looten ich krieg den größten scheiß dankespiel also ich wollte ich denke mal hier ist auch gut ne 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 arm stehen die ich überhaupt nicht benutzen kann arm stehen für dich 47er mit pierce damage cold damage cunning und eins to leaf gambit leaf gambit kenn ich nicht ich auch nicht will sie haben weiss ich nicht die liegen da oh scheiße oh scheiße das ist nur so ein ich dachte das wäre ein großer äther crystals auch komisches zeug auch auf ne 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 das ist voll geil wieso redest du so leise ähm mein mitbruch ist gerade angekommen Achso, dann flüstern wir jetzt beide nur noch. Okay. Dann machen wir nicht das schwul. Ja, ich weiß. Was ist zu Level Gambit? Hab ich grad aufm Ring auch gefischt. Ist aber nicht erst mal ein Update dazu gekommen, oder? Was? Level Gambit. Was auch immer das ist. Glaube nicht. Ne, ist gar nicht. Ähm. Gucken wir uns gleich mal die Armschienen an, wenn wir den Kampf hier fertig haben. Aufwack. Bin noch fast gestorben. Hier ist so ein Untouched Mie, falls du eins brauchst. Mhm. Brauch ich. Wo? Da oben. Also, hier. Bis bei mir kannst. Okay. Dann ist das nur für mich gewesen. Alles kaputt treten hier. Oh, hier ist irgendwas. Kiste. Putration. Irgendwie war da nur was Gold drin. Aber ich hab auch mehr. Pfff. Das ist ein Aether-Ding. Oh mein Gott, ich hau ab. Das ist ein schweres Aether-Ding. Schnell. Ich bin tot. Schnell. Ja, komplett. 50 HP übergebehalten. Ich renne erstmal in die Masse rein und dann die Alu und schmeiß die weg. Ich hab echt nen super Skill. Ectoplasm. Okay, dann musst du dann die halt. Ach, du hast das Ding schon kaputt gemacht. Okay. Na klar. Das mach ich mal zuerst. Ich würd's auch zuerst machen, wenn ich drin stehen könnte. Ich bin dann in zwei Sekunden tot. Ja. Da hast du schon wieder Scrap, Alter. Warte. Guck dir das mir die Armschienen an. Dann hast du hier wieder Scrap. Hier hast du Scherven Amber. Hier hast du Exoplasma. Hier ist überall zerstückelte Körper. So schön. Ist lecker, ne? Sacrificial Life of Physik. So, die Armschienen sind... Äh... Nicht so gut. Verkauf ich einfach. Äh... Lethal Gambit. Willst du wieder haben? Nein. Ich hab nur Asis, würd ich sagen. Pfff... Lethal... Gam... Bist du grad am Kämpfen? Ich guck mir grad meine Skills an. Guck, ob ich irgendwo Liesel Gambit hab. Hm... Nope. Kein Liesel Gambit. Irgendwann weggestunt. Oh, hier ist auch was. I sense of the Spirit. Nice. Und dort. Ich sollte eventuell nicht überall rein sein, sondern nur ein bisschen hinter dir bleiben. Und hast du mein Portal? Ist offen. Ich hab im Laderskill immerhin 44 FPS. Ähm... Ich bin durchs Fallschule wahrscheinlich geklärt, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ne. Bist du sicher, dass da eins offen ist? Ich steh in deinem... Meinst du ist offen? Ja. Soll ich noch eins machen? Warte, noch eins gemacht. Warte. Ich bin grad durchgegangen. Jetzt bin ich hier. Oh ja, danke. Die haben ich... Ach, jetzt bist du am Alten rausge- äh... rausgekommen. Ich bin übrigens fast gestorben. Ich bin gestorben. Ne, aber ich... Na, ich klicke schon wieder viel zu viel, aber... Das hilft grad. Übrigens, falls du ne G520 willst oder so... Oder ne G500S, keine Ahne... Irgendein ist doch bei Saturn extrem billig. Ihr habt ne gute Maus eigentlich. Nein, das ist ne Tastatur. Achso, ne, da hab ich nur noch ne bessere. Welche hast du? G19S. Vergesst das immer, die gibt's gar nicht bei Saturn. Ich glaube. Es gibt auch andere komische Märkte wie Mediamarkt und... Eigentlich fällt mir kein anderer mehr ein. Obwohl Mediamarkt und Saturn sowieso das gleiche sind. Also, ich hab bei... Saturn schon welche gesehen, also die G19S gesehen. Okay, die hab ich nicht gesehen. Ich hab ein bisschen nach Kopf herum geguckt und hab mal geguckt, was meine so kosten. Also, die ich haben will. Oh, ich hab den Frapdoor gefunden. Was? Wollen wir da durchgehen? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Wir erstmal das Gebietchen noch fertig machen. Na 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 na. Well, eigentlich können wir ja durchgehen, ne? Eigentlich wollte ich ja Samstag streamen. Aber... Ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Ich war erst um eins zu Hause. Nachts? Ja. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin tot. Danke. Ach scheiße. Ich hab meinen Heiltränke jetzt auf der falschen Taste. Deshalb. Ich hab jetzt meinen Heiltränke eines hast nach hinten gelegt, weil ich noch einen Schutzzauber bekommen hab. Ich bin auch tot. Und ein Fatal ist jetzt auch nicht mehr da, ne? Da hast du's. Doch deins ist natürlich nicht da. Warum? Ich bin gestorben. Ja, die bleiben. Die gehen nicht. Okay. Die bleiben. Hast du dein Blast Shield an? Was für ein Blast Shield? Den Skill den du hast. Hab ich ja nicht geskillt glaub ich. Hast du geskillt, hast du gesagt? Wo gibt's denn den? In deinem Skilltree? Level Gambit. Ich hab da was. Äh, wo? Blast Shield? Oh. Ähm. Okay, ich glaub ich geh da auch nochmal raus. Wie kann ich den anmachen? Auf irgendeine Taste legen und die Taste drücken, oder? Kann ich den auf keine Taste legen? Doch, kannst du. Nein? Wenn du ihn geskillt hast, kannst du ihn da rauflegen. Ich guck noch mal kurz, ob ich nachheben geskillt hab. Ist auf 3. Jetzt geh ich auf 8. Mach da einen Rechtsklick drauf. Da steht Move 2, Basic Weapon Attack, Pet Attack, Fire Strike, Stun Jacks, Flash Bang, Slam, Tonic of Madding, Elixir of Spirit, Clean this, Quake Button Slot. Mehr steht da nicht. Und du bist sicher, dass du ihn geskillt hast? 100%ig? Auf 3, ja. Wie, auf 3? 3 Punkte hast du reingeskillt? Ja. Ist das ein runder Skill, oder ist das ein eckiger Skill? Ja, das ist ein runder Skill. Dann ist das neu, weil als ich ihn hatte, war das immer noch ein eckiger Skill. Dann ist das ein Passiver jetzt. Okay, also funktioniert der automatisch. Ja, steht das doch da. Ja, als ich noch gespielt hab, war das eh, dass eh, bei mir, also, als ich damals eh, die Klasse gespielt hab. M schlimm m components Ich komm hier rein. Wo willst du hin? Wir wollen das Haus rein. Ich werfe hier grad'n ab und du rennst gegen eine Wand. Ja, ich dachte da, so wie ein Weg rein oder so. Aber das ist gemein da unten. Hier wurde ich nur 19 FPS, Oh hier geht's durch. Hier, geht's durch? Nein. Hier musst doch irgendwo durchgehen! Genau, vielleicht durch den Keller. Wollen wir nochmal in den Keller gehen? Ja, die ersten zwei Teile habe ich nur getötet, aber... Ich habe auch nochmal zehn getötet, oder so. N-n-n. Hast du nicht. Doch die ganzen Kleinen hier waren ja tausend Kleine, ey. Ja, die liegen hier immer noch. Also die... Also wenn wir uns zusammentun geht, ist das auf jeden Fall besser. Sag du er und ging erstmal weg. Wäre ich? Nein, ich. Du bist doch zu mir gerade gegangen. Ja, aber ich war davor erstmal noch einen Augenblick weg. So. Ich bin dort, oder was? Oh, oh, oh. Ich habe wieder einen Heiltrank. Mich verwirrt das immer, wenn die Viecher weggestunst. Ja, sorry, dass ich dich überleben lasse. Ich denke, die liegen... Ich denke immer, dann sind sie tot. Ja, also ich kann sie auch stehen lassen, dass ich hier kaputt kloppe. Also das ist nicht das Ding. Ich möchte schon lieber dann sterben. Ja, okay. Oh, wenn man durch die Foodration rennt, nimmt man die automatisch aus. Ja. Schwul. Oh, fuck. Da kommt einiges. Ich renne erstmal in die andere Richtung, weil da weniger sind. Also hier ist er das tot. Ja, auch so weit. Also beim Zurücklaufen wäre der Weg offen. Ich sehe gerade 65 HP. Ich habe ein Schild gefunden. Du bist ein Schildmann, ne? Ja. Genau wie ein Skyrim. Wer ist ein Skyrim? Kein Schildmann. Jeder andere Spieler. Ernsthaft? Ich habe zum ersten Mal als Schilder benutzt in Skyrim. Immer Schilder benutzt. Vielleicht sonst sofort. Naja, nicht sofort verrecken, aber halt schon ziemlich schnell. Also ich habe immer Assassin in Skyrim gespielt. Ich habe Skyrim nie wirklich lange gespielt. Ich auch nicht, aber also doch ein bisschen, aber jetzt habe ich es ziemlich lange gespielt. Freddy, das weiteste, was ich war, war bis zu diesen komischen Männern auf dem Berg. Ja, das ist auch nicht weit. Diese Hauptquest macht man eigentlich nicht. Man macht eher die Nebenquest. Ich habe noch nie weiter gespielt. Ja, und? Und ich habe die Dunkle Bruderschaft einmal angefangen. Auf Konsole. Auf Konsole habe ich die Dunkle Bruderschaft durchgespielt. Die Gefährten durchgespielt. Die Hauptquest halb. Jetzt sind wir hier. Ach, jetzt sind wir da gut. Aber wir kommen jetzt trotzdem nicht dahin, wo ich hin wollte. Da müssen wir, glaube ich, von der anderen Richtung hin. Aber der Part müsste doch lange mal vorbei sein. Also wir hatten vorhin noch sechs Minuten, als ich geguckt habe. Und jetzt sind es noch 30 Sekunden. Okay. Dann können wir schon mal in die Richtung da gehen, oder? Ja, ich folge dir einfach. Ich glaube, ich kriege irgendeine Waffenskill, ne? Ja. Ja, den kriege ich auch, wenn ich in deiner Nähe bin. Aber da muss ich richtig nah sein. Voll ekelhaft. Oh, fuck. Da bin ich vor seinem Weg reingelaufen. Ah, ja, da kommt noch einer. Das ist der Timer, wie man feststellt. Hört sich super an. Und dann würde ich sagen, ich hole der Party-Kweil, Alter. Bis zum nächsten Mal. Hau dran und ciao. Tschüss.